Wer findet es heraus, wie sieht, wie sieht ein Engel aus? Wer findet es heraus, wie sieht ein Engel aus? Pflegt ein Engel wie ein Vogel durch das weite Himmelszelt? Oder steuert er ein Raumschiff, biebt ihn Gott auf unsere Welt? Hat er Flügel oder keiner? Ist ein Engel ohne Beine? Wer findet es heraus, wie sieht, wie sieht ein Engel aus? Wer findet es heraus, wie sieht ein Engel aus? Hat er lange goldene Haare? Ist ein Engel eine Frau? Segelt er auf eine Wolke? Ist sein Kleid weiß oder blau? Kann er auf dem Wasser gehen? Kann man durch ihn durch noch sehen? Wer findet es heraus, wie sieht, wie sieht ein Engel aus? Wer findet es heraus, wie sieht ein Engel aus? Welche Sprache spricht ein Engel? Hör ich's, wenn er zu mir spricht? Trägt ein Engel eine Rüstung? Hat ein Engel ein Gesicht? Trägt ein Engel eine Krone? Oder kommt er lieber ohne? Wer findet es heraus, wie sieht, wie sieht ein Engel aus? Wer findet es heraus, wie sieht ein Engel aus? Könnt' ich einmal meinen Engel doch leibhaftig vor mir sehen? Sag' dich gern für alle Mühe, ihm bescheiden Dankeschön. Reichte dankbar ihm die Hände, wenn ich meinen Engel fände? Wer findet es heraus, wer findet es heraus, wie sieht ein Engel aus? Engel haben viele Namen und ihr eigenes Gesicht. Triffst du einmal meinen Engel, dann ahnst du ihn meist nicht. Manchmal wohnt er Tür an Tür und erkannt gleich neben dir. Dann findest du's heraus, wie er so sieht er vielleicht aus. Dann findest du's heraus, wie er so sieht er aus.